Wie bist du von Himmel gefallen, du schöne Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du bezwingender Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meine Thronen über die Sternergurze erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im Fenster Noden. Ich will auf Haaren über dich unten blicken und weich sein, denn meine Höhe sind. Ich will nicht auf haaren, doch meine Sonne ist nicht auf. Die Zeit sind nicht dem, sondern in den Handel. Denn ich habe einen Ersten, ich will nicht, oder? Warum? Wie ist das nicht auf Haaren? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020